Nun ist es soweit, wir kommen zu diesem Gruppenspiel in diesem European Continental Turnier. Und mit dem Spiel endet dann heute auch die Gruppenphase. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Heute Trabzonspor gegen den 1. FC Köln. Schauen wir kurz auf die Startformation von Trabzonspor. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da... Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb, vertretbar Buschi. Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Sie haben den Ball. Ganz einfach an den Ball gekommen. Sie hatten Bedarf im Mittelfeld, ohne Frage. Und sind jetzt auch tätig geworden. Heute also der Neuzugang bei seinem Debüt. Wir sind gespannt. Das könnte die Führung geben. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Da steht die Abwehr sicher. Joao Pereira. Alenia. Onassi. Shahan. Yilmaz. Da geht der... Ist es das? Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Shahan. Er nimmt ihm den Ball ab. Höger. Klemens. John Cordoba. Marco Höger. Schießt er ihn rein. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Jose Sosa. Yilmaz. Das könnte die Gelegenheit geben. Sie liegen vorne und schauen sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen. Die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schmitz. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Klasse Aktion. Ball ist weg. Klemens. Jetzt vielleicht. Er versucht es, aber der Ball geht doch weit vorbei. Der Pass zurück zum Keeper. Onassi. Schöne Aktion. Da schickt er den Mitspieler. Da ist ja alles offen. Kein guter Volley. Er hatte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus, aber dann steht einiges. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das ist ein guter Steilpass. Das gibt jetzt Abstoß. Schauen wir nochmal drauf. Hier ist der Treffer. Und das ist der Ballverlust. Da ist der Ball weg. Guter Pass. Das sieht gut aus. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Schahan. Jemas. Super Pass. Den spielt er steil. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Schahan. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Jannis Horn. Den Ball kann er abfangen. Schöner Pass. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Schock. Knappe Pausenführung. Es steht 1 zu 0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Die Partie ist eng und viele Tore haben wir bislang auch noch nicht gesehen. Ja, und die zweite Hälfte könnte nochmal so eng werden. Dann entscheiden hier die kleinen Fehler die Partie. Für... ... Untertitelung. BR 2018 Jetzt geht's weiter. Die zweite Hälfte läuft. Der Abschluss dieser Gruppenphase. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Sie kommen jetzt über außen. Joao Pereira. Jetzt kann er flanken. Sie passen dem Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da müssen sie aufpassen jetzt. Ballverlust. Da kommt die Hereingabe. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Höger. Guter Ball nach draußen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Abstoßball war draußen. Schopp. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Joao Pereira. Jemas. Fairer Einsatz hier. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Beim ersten FC Köln gibt's einen Wechsel jetzt. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Da kommt der Schuss. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Schöne Aktion. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Er ist heute richtig gut drauf. Wer macht hier sein zweites Tor? Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Tolles Zuspiel. Den spielt er gut. Da ist die Hereingabe. Sie sind so nah dran, hier ein weiteres Tor zu erzielen. Sie sind so nah dran, hier ein weiteres Tor zu erzielen. Sörensen. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Benno Schmitz. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Toure. Joao Pereira. Auf außen ist jetzt Platz. Sie versuchen es flach. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Joao Pereira. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Joao Pereira. Da kommt der Pass auf außen. Da zieht er ab. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Herr Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nix. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kutzka. Fängt diesen Ball ab. Zwei Minuten werden nachgespielt. Das machen sie natürlich klasse. Mit viel Druck holen sie den Ball. Klasse Technik. So, das ist der Schlusswilf. Das Spiel ist aus. Gutes Ergebnis. Vorne die Dinger gemacht und hinten zu Null. Passt. Das war eine konzentrierte Mannschaftsleistung. Gratulation. Das war heute eine überragende Vorstellung vor Ihnen. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Das war heute. Das war heute eine zLebedeict HollywoodBe�. Alles. Oh, das war heute. Das war heute. w Vayne. Daher geht's. Das war heute. Das war heute. Das war heute Ajax. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020